kenne kohle land der träume ende ist nicht fertig und kreis dabei abtrolle dann die sind immer verdächtiger ja gerade darsteller dahin hat glückchen st joachim nur kraft das ist auch ein silberwolf samt was ist ja gerade los drehbuchautor elio liebevolle erinnerung stimmt hier absolut gar nicht diese reise zu den sternen führen ist schwarzer schwan der hauptwürdig jemand ist ja sehr merkwürdig ich weiß nur nie was da habe ich von der woche street ich kann es nicht mehr irgendwas läuft hier gerade voll ab so ein screen kann übrigens vorher noch nie so ein end screen so mit so credits roll und also was aber in turin war am leben niemand kann sich an erinnern ja genau das war der ersten folge die ich hier aufgenommen zu den punkt zurückbringen wo sonntag uns fertig gemacht hat also die 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 Mhm. das ist alles was passiert ist das soll alles noch mal zusammenfasst wenn sie noch ein bisschen schneller reden würde man muss ausrichten sie uns soll alles hinterklären jetzt so langsam Das ist auch noch ein anderes Verlust. Das ist ein zweites Todes. Sie haben sich in einem schönen Geheimen geblieben. Aber wenn du von zwei Informationen ausfüllen, ... angeblich soll hertha auch nehmann im anatorin seien diese puppe hertha weltraumstation irgendwie so gehört irgendwie komisch ist weil sie nicht so stark ist hier sind einige sachen noch nicht gelöst da sind wir gestorben angeblich oder auch nicht das ist so gut was ist das michael motel ich würde von sparken und sie sich von samt verkleidete der ford deutsch der tod von glühen und hat schon zückt ihr schwert und offenbart die macht der nichtigkeit der tod ist die verkleidung für den schlafenden ich würde sagen sparken aber sie war es nicht oder was so Ja, genau. Sie haben sich nicht mehr als sie, die Sie zu uns verabschieden. Sie haben die Wahrheit und die Erinnerung. Sie werden die Wahrheit und die Erinnerung sichergestellt. Warte mal, eigentlich richtig? Ist das ein Zeug? Ich weiß nicht, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich das nicht sagen kann. ja es war jetzt gar nicht bestimmt da unser erster wegen wie schon so hat schon ist jetzt nicht mehr in den erinnerungen also hat schon ich wollte zurück zu diesen einen themenpark gehen und gucken ob ihr schnitt immer noch da war den sie ausgelöst hat ich fühle mich jetzt wirklich die folge so spielen die ford war wird hier gerade gebrochen oder irgendwie soweit ich weiß es nicht die ist wahrscheinlich gar nicht da vorhanden die bin wahrscheinlich hatte ich alles hier los abklappert dann kommt sie am ende nein das hier war das was mir schwer der tod die auswahl ist gar nicht hier die vorgetäuschte tod von glühmünchen erstes treffen mit mir ich wusste es ich habe das gefühl kommt gleich irgendwann die jobs care oder irgendwie sollte irgendwas sagt man muss fähre ist gerade so wenn ich als erstes gewählt hätte habe ich natürlich alles falsch erstmal ausgewählt ja sonntag der hat mich gefangen wir haben mich gefangen in seinen ewigen traum ist aber gerade passiert ist dass wir hunker stahl schippen nein stehen bleiben ich habe volle gänsehaut am achten tag dass sie kräftig machen muss ich muss ja weitermachen ich muss ja ich muss hat ja weitermachen mein gott ich wollte ja nur eine stunde heute aufnehmen ich bin schon zwei stunden 20 minuten aufnehmen was ist los 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 Wir befinden uns gerade in seinem Traum, oder? Das heißt, es ist also nur ein Traum? Oh, Mann. Wir sind in einem Tsukiyomi gefallen. Das ist ein Traum, oder? Das war's für heute. ich wusste der kampf gegen sonntag war zu einfach aber so verrächtig warum hat schwarzer schwan ich herausge warum hat sich denn ganz offensichtliche variabel herausgepickt wo aber torino am leben war was sie das nicht irgendwie direkt angesprochen soll haben wir der typ ist eigentlich tot sein ja 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 Ja, ich habe mich nicht verletzt, weil ich mich nicht verletzt habe, weil ich mich nicht verletzt habe. Aber wegen Ihrer Erinnerung, jetzt habe ich eine Chance für die Reise zu öffnen. Wenn man normalerweise hat, wenn man einfach die Kraft der Leidenschaft hat, dann kann man sich eine perfekte Welt machen. sobald man ein lucider traum sobald man sobald ein kleist hat man träumt macht man aus dem traum auf wir waren von anfang an dann schon in der illusionen alle sie hat daran gesehen so habe ich hätte gar nicht passieren dürfen nicht das mieter etwas damit zu tun hat wir haben immer noch eine chance ich habe schon gefragt was mit robin passiert was mit dem harmonie fest mit sparkle diesen raben opa hier noch voll offene fragen gewesen hat's ok ein knöpfe die sparke noch verteilt hat gezündet werden sollen da wollen wir mal sehen ist der wahnsinnige fantasie verdient dass sie die existenz überhaupt nicht wahrnimmt dieses bild so so gruselig nein wer kann ich den dringsten gefällt dann brauche ich ja nicht mit euch reden genau muss ich warte mal sind jetzt alle irgendwie wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen das finde ich jetzt irgendwo anders hingehen schade wenn ich mit der interagieren sie hat ihre eigene musik wird gewacht. angefangen zu fliegen Abonnieren Ich habe mich wirklich erinnert. Es ist auch eine letzte Hoffnung. Ena ist eine Armonia-Siege-Karte. Sie hat die Atmosphäre durch die Erdbewegung durch die Erdbewegung. Und die Atmosphäre des Endgame an. Sie werden nur die Erdbewegung durch die Erdbewegung in den Menschen. Sie werden nun in der Erdbewegung durch die Erdbewegung in den Menschen zu leben. die täte gern bonio te doch immer koko nanny ist genau kann hier immer kann sich damit einfach Der Wunsch der Wunschung der Wunschung ist, dass ich nicht nur die Verkaufung von der Wunschung. Das Wunschung ist, dass die Wunschung der Wunschung der Wunschung nicht so gut ist. Ich bin, dass er, dass er, dass er nicht komplett verletzt wird, ich war für alle mit meinem bestem schlieder einmal was wir haben wir ja da kommt plötzlich mal mit einem echt coolen spruch um die ecke ja 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 Das war's für mich. dann kann ich einfach ganz laut mein gott nein es macht auch irgendwie sind irgendwie so viele planeten zur auswahl hatten die einfach so gedrobt wurden die kommen gar nicht mehr vorne wenn die märkisch eine sehr lange nebenqueste Es ist wirklich schwierig, dass die Menschen mit einem starken Wettbewerb zu haben, wie sie sich in der Zeit gegründet werden können. Hm. Wie ist das? Ich glaube, dass ich nicht nur eine Verwärterung von einem Geistbewerb. Nein, das ist nicht notwendig. Ja. Ah, das war noch mehr. Ja, das ist das. Das ist eine Waffe, weil es nicht nur ein Waffe für die Waffe, sondern nur ein Waffe für die Waffe für die Waffe. Wenn diese Waffe auf der Welt erinnert, dann ist es ein Waffe für die Waffe. Und in diesem Bereich, dass viele Flüsse in der Welt einst. Das ist die Waffe der Waffe, der Waffe. ja ich habe einen neuen kaktier die hau die hau die hau die hau die so viel ja da wäre schon fast am ende hier konnte ich nur so viel und ich habe mich immer wieder zu sehen den impact die leute müssen nicht selber beschützen ... nämlich noch einfach machen ein bisschen screentime der kollega aber wieder irgendwie was schlitzen und dann alles mit einem schlag erledigen es ist Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit einem guten Wunsch aufwachen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit einem schönen Wunsch aufwachen kann. Wenn ich das sage, dann bin ich wirklich hart. Wenn ich mich mit dem Wunsch aufwachen möchte, dann gehen wir uns an. Na gut, das ist die Arbeit. alle in der baby sind wir danach echt mit pinakoni fertig ging es immer noch so ernst das ist es 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 Ja, genau. ja nicht mehr als vorher geset worden ist hotel no dream machine ja familie Untertitelung der ZDF, 2020 jim bieber okay also bevor wir weitermachen was ich will jetzt mein team ja umstellen weil wir gleich wieder der gleiche kampf kommt oder so dann also mir leid schon möchte ich wieder rausnehmen immer schon wieder ein weil sonst wird der kampf ja ja elektro nicht schlecht ich muss ich hätte gerne mich 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 so jetzt kommt der echte kampf da kann ja noch ein bisschen dauern aber ich mache das noch zu ende ist meine güte fertig werden ja der trip diese folge heute diese aufnahme ist ja schon ich bin jetzt zwar zweieinhalb stunden am aufnehmen sehen sie es wird es noch bald zu ende sein so die 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 Was ist das für mich? Das geht alles so über meinen Kopf, ne? Die ganzen, die ganzen Sachen, die sie die ganze Zeit sagen, das ist mir alles so kryptisch, ey, ich komme da mit, ey, immerhin und wieder so ein Spruch, ja, sie kommen, weil sie sagt, ja, nur solche, die Dialoge sind auch so lang, deswegen, ich komme einfach nicht mit, das kann ich also nicht aufnehmen. So. Oh nein. Ich nehme an, hier soll mir irgendwie jetzt gerade ein Auge aufgehen, aber tut es nicht. Okay, sie ist der Sensenmann. Ich nehme an, hier soll ich wieder zurückkommen. Aber das ist der Sensenmann. Das ist der Sensenmann. Der Sensenmann. Es ist ein Mensch. Aber... ...dessen Sie sich? Ich weiß nicht. Aber... ... ich weiß nicht... ... dass ich mal diese Person so gesagt habe... ... dass es sich so sagen... ...wann, wenn ich mich der Zeit zu finden, ... ... dass ich eines Menschen wünsche mir... ... dass sie sterben... ... der einen Geist auf dem Geist... Ich weiß nicht, ob ich es nicht interessiert habe, ob ich es nicht interessiert habe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht interessiert habe, ob ich es nicht interessiert habe. Ich habe auch viele Erfahrungen gemacht. Ich habe mich mit dem Kopf geschlossen und mich mit dem Kopf geschlossen. Ich habe mich mit Ihren Willen und das erinnert. Ich habe mich mit dem Kopf geschlossen. Ich habe mich mit dem Kopf geschlossen. also es hat einfach irgend so ein random dude hier im nachleben irgendwie übergegangen ist ist das der ohrmacher einer der anderen beiden und 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 Das ist das Wichtigste. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin nur ein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin immer ein langes, ein langes, langes Weg zu gehen. Das war's für mich. Was? Was? sonday nach hesseln hier ist eine kürzliche 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 okay okay Die Welt ist eine Art von Finacony. Nichtsdestotrotz. Ich habe nichts mehr für uns. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass das die Antwort ist. Ich komme aus hier und komme aus dem Ort zurück. Und wir werden die Pinnokonik aus der夢. Ich weiß nicht, dass mein Plan ist, sie gerade wieder auf angedeutet sie alle umbringen will der tod soll leute zum aufwachen bringen und sie da gerade gesagt hatte ich habe dich gefragt ob du mitkommst es ist ja oder nein es ist ja es ist ja es ist ja es ist ja Ich glaube, es ist eine gute Einheit, die sie in Pinocchonien sind. Ich weiß, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es eine Art Schuss ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, du hast nicht meine Frage beantwortet. Ich habe keine Angst. Der Schatten auf der Nase. Ich würde nie in einem Traum leben wollen. Ich habe gesagt, wir sind einfach schon beantwortet hatten. Die Beautiful Wind. Die Sonne. Die Wasser zu montieren ... Die Sonne. Ich persönlich auch. Ich persönlich auch den Jungs und die Freude. Sie alle in ihre schonen Aufmerksamkeit. Sie alle die'motre, auch die Hände, sie alle in die Hoffnung. Ich hoffe, ich meine ... Ja, ich würde den Trailblaze ohne zu zögern folgen. Fortsetzen. Ich habe mich nicht mehr, sondern ich habe die Entscheidung. Ich habe mich mit dem Hörger und mit dem Handeln, mit dem ich mich herausfinden kann. Ich habe mich sehr wichtig, damit ich mich selbst zu fühlen. Das ist der einzige Antwort auf die Menschen zu stellen. Das ist der einzige Antwort. Wenn man die Angst vor dem Leben der Menschlichkeit, dann kann man die größte Schöne sein, wenn man die größte Schöne ist. Wenn man nach dem Schöne ist, die größte Schöne in der Welt ist. Das war's für alle, dass die Todesmöglichen und die Todesmöglichen werden. Wir werden in der Zeit des Todesmöglichen, die das erste Licht erneut werden. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 jetzt beginnt der richtige kampf naja wie geht es nach müssen gedauert jetzt wird er wahrscheinlich 1000 was schwieriger sein bevor wir witten da kann man ja ich will jetzt aushältet man kann wie viel schaden wir jetzt nehmen der herr ist da wohl so hat von leute dann fragt er schon gleich tot da wieder so was von klaren das gibt es jetzt nicht ja ich kann nicht naja dann ziehen wir uns mal kurz zurück boah jetzt kann ich mein team nicht mehr ändern ok aussehen und speichern kann ich mein team ändern vorher eingehen aber ich glaube wir sollten ja wahrscheinlich sowieso einen schnitt machen weil wir sind jetzt ja bei drei stunden ich bin immer noch nicht lang ich bin aber nicht weit genug geht gibt es nicht da muss ich morgen oder übermorgen ja weiter machen gut aber drei stunden ich finde jetzt sind wir schon weit genug zurück und wir gehen mal mit einem vernünftigen team da rein diesen kam weil ich habe das gefühl da wird uns ein bisschen schwierig jetzt ne was da jetzt auf uns zukommt ne weil natürlich ist er jetzt tausend mal schwieriger ne ich habe dann gehe ich wieder mit dem team ja rein ne was ich vorhin hatte schnell informationen bitte ich nehme an dann gehen wir wieder mit dem team hier ein mal fuß waren dann dauert der kampf zwar wieder ewigkeiten aber ich glaube ich hätte lieber einen längeren kampf den mann auch garantiert gewinnen anstatt einen kampf den wir dauernd verlieren können mal abschauen ist schon sofort tot gewesen im ersten zug war ja super also ja da wird lustig gut aber ich habe jetzt genug wollte auch genau ich würde drei stunden aufgenommen und ich habe heute mittag heute nachmittag auch eine folge final fantasy 7 aufgenommen für mich reicht heute okay gut ich wollte sagen ich wollte eigentlich neue dings hier spielen hier antesten ja aber dem welcher wahrscheinlich morgen oder übermorgen aber noch immer ich die nächste folge aufnehmen ja dann mal weiterspielen ausprobieren gut dann sage ich für mich war es das heute oder für ich werde natürlich in drei parts ein schneiden man die wahrscheinlich so im laufe der woche verteilen weil sonst dauert das lange gut dann sage ich danke schön fürs zuschauen ich hoffe euch hat diese folge gefallen wenn ja hinterlassen ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge oder tschau